Hallo, ich bin von Panakoks.de heute Pat-Pet-Gei. Das hört sich gut an. Pat-Pet-Gei, das ist also Pat ist schon mal scharf. Dann Hähnchen ist klar, Hähnchen scharf. Du hast gesagt Pat-Pet-Gei. Pat-Pet ist scharf. Es gibt Pat ist scharf und dann gibt es Pat, das ist Ente. Wir machen also scharfes Hähnchen heute im Wok, nicht in der Pfanne. Reis gibt es dabei, Ei gibt es noch dabei. Und äh... Chili. Richtig. Basilikum. Dann? Dann war es eigentlich so was da reinkommt. Und das machen wir heute. Also es wird heute ein bisschen fleischlastiger. Gefällt mir gut. Also. Auf geht's. Was ohne? Ohne Spiegel. What? Ohne Spiegel. Wieso? Von einer Woche Wurst hin zu bieten. Diese Woche ohne Spiegel. Pfui. Wir machen lieber das Kochstudio. Auf geht's. Bei Leca, guck mal da. Hallo, guck mal hier. Zaberdikap, wie geht's Ihnen, junge Frau? Ich sehe gerade hier ihr T-Shirt. Das ist natürlich jetzt in die Hose gegangen. Und zwar die Dose, die wir da ja bekommen haben. Die haben wir falsch gelagert. Die habe ich in der Sonne stehen lassen bei 40 Grad. Da ist natürlich der Fisch total kaputt, ist klar. Und der war nicht mehr zum genießen. Der ist tot. Den konnten wir nicht mehr machen. T-Shirt haben wir aber noch. Lalalala. So. Jetzt sind wir. An Zutaten. Wir haben. Übersichtlich heute. Einmal Basilikum. Kapau. Kapau. Äh. Chili Pulver. Ähm. Hähnchen. Brustfilet. In mundgerechte Stücke geschnitten. Und eine kleine Menge. An Chilis. Also. Kommt das alles rein mein Schatz? Ja. Ja. Alles rein heute. Knoblauch. Knoblauch. Haben wir eine Knoblauchfresse mein Schatz? Ja. Aber die wird nicht benutzt. Nein. Heute nicht. Heute haben wir. Oh, der ist ja noch leer. Ohne Zutaten. Was ist das denn hier? Oh, dann haben wir auch noch Eier hier. Ja. Kommen die alle rein? Nein. Alles nur Dekoration hier. Alles nur Deko oder was? Also. Hinein mit den Knoblauch. Das ist schon das Wichtigste. Zwei Stück, oder? Oh. Was macht sie jetzt hier? Wie viel Chilis? Oh. Hinein. Nicht so geizig. Kostet alles nichts. Alles aus dem Garten, oder? Ja. Ja. Was ist das für eine Pfanne? Für eine. Für eine. Ach, für Eier. Das ist doch eine komische Pfanne, weil das ist doch unsere Hauptpfanne hier. Das ist doch unsere Spezial-Superpfanne hier. Die auch schon oft nachgefragt worden ist, wo wir die her haben. Wir haben den vom O-Top-Markt in Sakuna-Kort. Äh. Und da war so ein Händler, der hat wirklich gute Qualität gehabt. Und da haben wir die Pfanne. Ja, die findest du sonst echt nicht. Also nicht im Shop oder was, ne? So. Öl hinein. Noch mehr Öl. Also zwei. Ja klar. Musst du also heute mit zwei Pfannen arbeiten? Ja. Muss. Hä? Muss. Sagt meine Frau. Muss. Schön. Xy Mixi Mixi. Heiß machen. Heiß machen. Geh? 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 Geht schon los, geht schon los. Chilli. Und Chili passt zum Knoblauch, das gibt schon ein gutes Aroma. Das gibt schon mal ein gutes Aroma. Scharf an Braten. Sehr schön. Zitzen. Oh, Louis. Wer aufgepasst hat, wird jetzt feststellen, dass wir im Video gestern gesagt haben, vorn wird heute kochen für Militär. Nö. Abend. Ist gestrichen. Ist gestrichen. Und zwar ist der Stand nicht so lange haltbar. Und deswegen... Ob er das abends? Wann Abend? Abend um 5 Uhr. Oh, komm ich da noch mal raus mit der Kamera? Weiß ich noch nicht. Also keine Ahnung. So, Hähnchen hinein. Militär, habe ich gesagt. Und zwar Poi ist ja mal Militär. Und da ist ja am... Also praktisch gestern, für euch ist gestern, war ja dort dann Tag für offene Hose. Und da durften wir alle dann rein, die Angehörigen. Wir gehören auch dazu. Und dann hat Poi dafür gekocht für die ganze Truppe dann. Die Familie kommt ja auch. Ja, jetzt stehen also hier auch schon die Sachen bereit. Der große, der große Pott von Zou wieder hier. Feuer machen. Genug Wasser aus dem Brunnen geholt. Und an weiteren Zutaten sehe ich hier schon Pai Toi. So. Also das... Und Bohnen da. Und Bohnen da. Aber das ist noch nicht so weit. Das machen wir dann. Vielleicht kommt das dann nächste Woche. Ich muss mal gucken. Zulitz zum Hauptgeschäft. Ich glaube ja jetzt nicht scharf im Aroma, muss ich sagen. Sicher. 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 Ich schwöre bei meiner Möhre. Okay. Ich stehe hier im... Jetzt kommt doch was rein. Jetzt kommt doch was. Schön. Also. Ein wenig anbraten das Ganze. Jetzt. Dünn. Das Ganze. Pilzsoße dünn. Was wäre ein Teiggericht ohne Pilzsoße dünn? Pilzsoße dick. Der hat sich nie gemeldet hier. Der Hersteller hier. Tausendmal schon gezeigt hier. Nicht einmal hat er hier was gespendet hier der. So. Weiter geht's. Ordentlich Pfeffer. Ja. Pfeffer hinein. Jo. Muss ein bisschen würzig sein. Und? Bittchen Farbe. Soja. Na ja. Soja. Ah ja. Soja. Soja. Soja halt, ne? Soja. Und? Weiter. Weiter. Kommt abschrecken. Schön. Dann? Fettig. Lichtig, richtig. Schon wird schon fertig? Ja. Ach. Ja. Und da ging er schnell, Leute. Ja, schnell. Kann ich schon essen oder warten? Warten. Das reicht mit dir. Das kannst du so hinstellen. Das Essigsoße weg. Ja. Das gibt 10 Punkte. Hahaha. Weil kein Gemüse drin. Lieftig. Das gefällt mir. Sehr schön. Noch nix. Hast du schon probiert? Jetzt. Geht lieber. Nicht scharf, Schatz. Nicht scharf? Ja. Ne, dann hau noch mal rein. Richtig, ja. Ja, wo will ich auch? Jetzt, jetzt. Hat man noch drei Stück hinterher. Haha. Drei Stück. Drei Stück. Ich esse nur leider. Du nicht essen scharf. Du essen zu wahrscheinlich. Das ist doch meine Portion, oder? Ja. Na also. Ich schwöre bei meiner Möhre. Ja. Jetzt sind le. Jetzt haben wir noch die Eier hier. Die ganze Packung. Wie viele Eier? Ich sag zwei. Okay. Äh, da sind zwei. So ist richtig. So. Sag. Du hast zwei Eier. Jetzt in der Pfanne, ja. In der Pfanne. Ja. Da hast du viel Öl drin, du. Ja. 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 So, richtig so? Ja. 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 Und jetzt in der Pfanne. Ja. Du hast das letzte Mal so viel gegessen, als von deinem Döner, ey. Du hast es mir vorgekommen. Wieso? Hat das dann, äh, wir lassen das Thema lieber. Also, ohne Zwiebel heute, ich werde gekloppt. Jetzt fällst du mir auch auf, du. So sieht das aus. Ja, sogar mit Reis angerichtet. Hübsches Gesicht drauf gemacht. Nochmal ein bisschen Chilis, ach, ist das schön. Ja. Ach, Tilak, du hast dich ja wieder selber übertroffen hier. Mhm. Mit der Garnierung. Herrlich, herrlich. Probieren. So, Jungs und Mädchen, dann, lass uns mal testen hier. In den Schaf. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Oh doch, ja, schön scharf. Mhm. Mhm. Reis normalerweise. Normaler. Mhm. Oder, oder heute, heute, Chili so viel. Okay. Also, dass es die Schafel ist. Gut. Gut. Schön scharf. Mhm. 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 Das ist sehr viel. Also, vom Geschmack her, sehr gut. Knoblauch kommt überhaupt nicht raus, gar nicht. So ein Stück. Knoblauch kommt gar nicht raus, gar nicht. Ich höre mich schade. Kommt Chili her, gut. Pfeffer auch gut. Schön fleischlastig heute das Ganze hier. Ich würde sagen, also das ist in Ordnung. 9 Punkte, weil Zwiebel fehlt mein Schatz. Normalerweise Chili. Chili. Chili so viel. Aber heute gucken wir Chili gut. Sehr gut. Die Post an der Tür. Jungs und Mädchen, das war's für heute. Live dabei und die Farbe. Immer kommt das Telefon. Das war's für heute. Immer nachdenken, teilen liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Und Tschüssle. Danke. 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 Tschüssle. 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 Vielen Dank.